Hi, my dear, my dear, my dear, my dear. Und herzlich willkommen hier in Eleanor's Studio. Wie du sehen kannst, bin ich zu Besuch bei ihr und wir werden heute ein gemeinsames This or That Video für euch produzieren, bei dem die liebe Eleanor entscheiden wird, welche Trigger ihr besser gefallen, meine Ausgewählten oder ihr Ausgewählten. Das Ganze machen wir dann natürlich auch andersherum und ich bin sehr gespannt, welche am Ende besser ankommen. Du darfst natürlich auch gerne deine Meinung mit uns teilen in den Kommentaren und schau auch unbedingt auf Eleanor's Kanal vorbei. Der ist natürlich unten in den Infobox verlinkt. Da wird auch ein gemeinsames Video von uns online gehen, also schau gerne dort auch mal vorbei. Okay, und nun gebe ich die Kopfhörer weiter an Eleanor und sie darf sich entspannen gemeinsam mit dir. Auch ein liebes Hallo von mir. Ich bin schon ganz gespannt, was Elafina heute ausgesucht hat. Hier habe ich einen Trigger von mir mitgebracht. Einen sogenannten Liquid Timer. Also eine Sanduhr, die statt Sand Flüssigkeit enthält. Und auf der anderen Seite haben wir hier ein klassisches Kügelpack. Von Eleanor. Von Eleanor. Was gefällt dir besser, der Lick-Good-Type oder das Küchenbeck, du entscheidest? Also ich muss echt sagen, beide zusammen sind ultra. Also wenn ich mich entscheiden müsste, this or that, würde ich tatsächlich this nehmen. Also nur den Timer alleine. Aber beide zusammen sind das Beste, sag ich. Sehr gute Wahl. Okay, damit habe ich einen Punkt. Als nächstes zeige ich euch Elenas Trigger. Ein Saumschwamm. Und im Vergleich dazu diesen Duschschwamm. Aber dazu seuf. Ja. Und jetzt lass mich das auf dem Video. Und jetzt wird das Beste machen. Was gefällt dir hier besser? Schwamm Du hast wieder gewonnen Dein Schwamm gefällt mir Achso, dein ist ja auch ein Badeschwamm Der gefällt mir besser Also 2 zu 9 Ja Als nächstes Haben wir hier zwei ähnliche Trigger Beide, was wir hier noch verstehen Zauber Das ist doch schon Ich habe ein paar dringen Einige Die 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 Flubber, Flubber, Flubber Und Eleanoras Spülschwamm Blur 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 Leticia叮出 Small Also, hier kann ich nur ein Unentschieden geben, tatsächlich kann ich gar nicht entscheiden. Hier finde ich auch am allerbesten alles beides zusammen. Also für mich persönlich klingen die Gloves ein bisschen härter, der Schwamm ein bisschen weicher, ganz anders. Zusammen sind sie perfekt, finde ich. Also kann ich mich echt nicht entscheiden, tatsächlich. Die Hände sind ja auch sehr, sehr ewig, aber man hätte von, weil uns ein Unterschied ist und entspannt. Dann haben wir also drei, zum einen jetzt für mich. Als nächstes gibt es nicht nur Entspannung für die Ohren, sondern dieses Mal auch ein ganzes 3D-Erlebnis für dich, Eleanor. Und zwar, darf ich dir einmal durch die Haare kämmen? Achso, ich habe mich schon gewundert, was das für ein Geräusch. Wie gehe ich in den Glocken? Das ist deine Bürste. Wie geht's Ihnen? Ich habe das schon nachdem, wie geht's, ich habe ihn. Ich habe ihn. meine Kopfspinne. Ist das so angenehm? Wie schlag ich euch ein? Das ist das Ziel. Welcher Trigger hat dir hier besser gefallen? Ja, du gewinnst. Die Kopfspinne. Als Letztes darfst du dich noch entscheiden zwischen diesem Verwirklicher. Die Kopfspinne. Die Kopfspinne. Die Kopfspinne. Und Die Kopfspinne. Dem wohl beliebtesten Eismar-Instrument. Die Kopfspinne. Die Kopfspinne. Die Kopfspinne. Der Kalimba Der Kalimba Wie entscheidest du dich hier? Oh je, das ist mega schwer Also einerseits ist es natürlich jetzt gemein Weil Elaphine bestimmt ganz genau weiß Dass mein Lieblingsdrücker von ihr Dieser Würfelbecher ist Und andererseits fand ich Als du so diese Noten ganz leicht angespielt hast Dachte ich, ich wäre am Spa-Urlaub Und war echt kurz davor Hier im Stehen einzuschlafen Also dementsprechend würde ich sagen Hat ja eigentlich die Kalimba gerade Ihren Dienst erfüllt Also Hier war ich gerade kurz davor wegzunecken Das stimme ich dir so ganz gut Also Also dein erster richtiger Punkt Hier im Stehen Also 4 zu 2 Und jetzt Wechseln wir mal eben die Rollen Und du darfst Mir nun Die Fragen stellen Welche Trigger mir Das hat Ich freue mich wirklich super 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 toll Dass Elaphine mich hier im Norden besucht Und dass wir heute ein paar Videos zusammen machen können Ich habe jetzt auch noch insgesamt 10 weitere Trigger Also 5 von Elaphine und 5 von mir Und wir schauen mal welche Elaphine am besten gefallen werden Und wir schauen mal welche Elaphine am besten Also Jaja Jaja Ich 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 Jaja Ich so So, welchen Plastik-Trigger fandest du denn irgendwie besser? Definitiv den ersten. Also der war einfach so viel klarer und nicht so ganz dumm wie der zweite. Da dachte ich direkt irgendwie so das Gerissen kommt richtig in den Rücken runter. Das ist übrigens ein Ballon für schwerer. Ja, solche Sachen kaufen man sich, wenn ein Ace of Artists ist und schöne Geräusche produzieren möchte. So. So. Okay. Okay. Ich bin ein bisschen schützt, aber ich habe einen kleinen Schrauber Ich habe einen kleinen Schrauber mit einem Schrauber Ich habe einen Schrauber mit dem Schrauber Was sagst du hier? Oh, also die Kombination aus beiden Triggern war der Wahnsinn. Ich dachte erst, ich mag dann das zweite Geräusch lieber. Aber als ich das einzeln gehört habe, hat mir dann im Vergleich dazu doch der erste Trigger besser gefallen. Also, ich kann mich auch nicht entscheidend, ich würde auch sagen unentschieden. Okay, mir fällt gerade ein, wir haben gar nicht mitgezählt. Achso, wir hatten bei dir aufgehört mit 4 zu 2 für dich. Dann hatte ich ja eben einen Punkt bekommen, 4 zu 3. Dann kriegt jetzt jeder wieder ein, also 5 zu 4. Ja. Mich würde natürlich jederzeit auch eure Meinung interessieren, wie euch unsere Trigger gefallen. Und lasst doch immer gerne, wenn ich mal kurz Werbung machen darf bei den lieben Elerinnen, ein Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Und in der Video, unter dem Video, in der Beschreibung, im Kommentar, schreibt uns dann gerne mal ein, welche ihr am besten wandert. Auf jeden Fall. Jetzt hat es von uns allen nur die liebe Elaphine gut. Weil ich hier eigentlich ein paar, beziehungsweise zwei, für uns alle anderen visuelle Trigger habe. Und die liebe Elaphine wird es jetzt auch ein bisschen, wie nennt man das denn? Was ist denn ein Hautrührer? Ja, kein Plan. Ein 3D-Erlebnis. Genau. Es macht auf jeden Fall schon wahnsinnig Spaß, immer so in diesen Pinseln und Brushes rumzuspielen. Es macht auf jeden Fall nur das Quizze. In deinen Kommentar. In der Fall mit der Fallge zu halten, deshalb auch schon wieder die Zeugiefer gut, aber auch immer so gut. Es macht ein bisschen Spaß, ja. Es macht ein bisschen Spaß. Ich würde lieber ihn auf ihn allein sagen, welcher sich auf der Haut besser wird. Ich würde ihn nicht mehr so sagen, aber ich würde ihn nicht mehr so sagen. Das war heute super herrlich. Also der erste, der ist ein bisschen weicher, habe ich das Gefühl. Aber bei dem zweiten hatte ich das, der nochmal etwas weiter ins Gesicht reinfechern konnte. Habe ich einfach direkt Deckels bekommen. Also gewinnt der Vincent. Wie ist der Stand? Waren wir bei 5 zu 4? Ich glaube jetzt ist 4 zu 5 oder? Genau, gleich Stand. Leid so schön, verdaffst du nochmal. Ich glaube ich dir. Ich weiß nicht, wie ich es sagen kann, ich hatte ein bisschen Spaß. Wir sehen uns mal wieder. Nehmen wir auf 5 Sekunden nachdenken. Ich kann die 40 Minuten nachdenken. Ich bin einfach mal nicht aufrech. Ich kann mich das immer einfach mal essen, ich kann. Ich bin so schön. Ich kann mich als ob auch meg und ich glaube, ich bin so schön. Ich bin so schön. Ich habe jetzt einen Schuss auf den Stein. Ich bin so schön bei dir Sollte Da knurrt ein Magen im Hintergrund. Das ist schwer, ich behalte zugleich nicht. Aber wer ist denn dieses Mal dein Favorit? Also, ich glaube tatsächlich, dass dieses leichte Geklemper auf dem Trigger hier auf der Seite, das war nochmal so ein bisschen sanfter, ein bisschen vorsichtiger. Und dabei unbeabsichtigt, weil ich einfach noch das Schlechte halten kann und irgendwas machen kann. Hat sich sehr gut an. Das heißt, es hat sich jetzt einmal gewandelt und steht 5 zu 6. Oha, wie viele sind noch übrig? Und jetzt kommt unser letzter Trigger auch schon. Ich habe ganz vergessen, wie diese Dinger hier heißen, Puppet oder so. Ja. Ich habe die noch nie benutzt. Ich habe mir auch noch nie einen selbst gekauft. Premiere. Oha, ich habe mal versucht. Okay. Sollte Ops. Ok. Okay. 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 Okay, Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Die nächste Frage ist definitiv, wenn es die Trigger ist. Das hat sich einfach so wie Urlaub angehört, wenn man manchmal in solche kleinen Geschäfte reinkommt und dann so ein kleines Windspiel an der Tür hängt, damit man weiß, da kommt jetzt jemand herein. Weiß ich nicht, da habe ich mich total in Unterstimmung versetzt gefühlt. Das freut mich. Das hast du gewonnen. Ja. Ja, dann bin ich sehr gespannt zu lesen und zu hören, welche Trigger euch besser gefallen haben und wir sehen uns dann bei Eleanor auf dem Kanal wieder oder sonst im nächsten Video. Bis dahin, schlaft gut. Gut. Okay. Drei Doss dieses von Zucker, 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 Zucker und Anis und von Saurenkorken. Guten Abend. Und jetzt. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020